so oft hier offen zu spielen hallo und hätte kommen zu Arne und heute ist er gerne und schweigen Verlust er hat nur alter er werde in die Kuh mitgebracht hat sich immer ein bisschen überlegen mal ein bisschen abwechselnd in diesem es ist die mitgebracht ich bin freiwillig hier Denkst du? Ja. Ja, der Nico ist pseudo-freiwillig heute mit mir hier und wir spielen ein bisschen überleben. Komm, los, auf Nacht zu sein. Wir freuen uns, dass wir ein paar von Justin... Na gar nicht, kannst du Justin. Du hast nur zwei Kälze. Meine Präzision ist auch vom Arsch. Oh, zwölf. Wirtschaft. Ich hab nur so wenig war, ich hab am Anfang wie fast von der Five-Seven fast jeden Schuss daneben gesetzt hab. Ja, Tito. Bis ich eingekühlt hab. Und ja, es leckt gerade, ich weiß, bei mir leckt's auch gerade. Aber hey! Obst, jetzt hab ich grad Geld gewastet. Wieso? Ja, brauchst du mir meine Patronen aufgestockt. Oh. Also, wie gesagt, mal, von diesem ganzen Public-Scheiß eine kleine Auszeit nehmen und ein paar französische Bots schlagen. Das ist doch mal was anderes und viel schöneres als, eigentlich andauernd mit diesen ganzen Huren, Hackern, Sheetern, Campern, MP7-Potzen und so weiter abzugeben. Aber okay, am Schuss. Den und ich! Und irgendwie leckt das hier mehr, als wenn ich, ähm, ha! Präzision 100%. Es leckt hier extrem irgendwie, warum. Ich glaube, ein Schuss für mich. Ich weiß nicht, warum, aber... Egal. Sucker, äh, normal passiert das nicht, aber... Wenn man vielleicht daran ist, Nico der Host ist, und ja. Wir haben beide nicht so pornoises Internet. Aber er hat das pornoe Sache. Ja, haben wir nicht dasselbe? Bei mir kommt weniger an. Ja, das kann sein. Ich weiß gar nicht, wie viel bei mir ankommt. Ja. Uh, kam von... Da ist ein Wuffy! Ach, bei mir leckt es aber auch gerade, ey. Beziehungsweise habe ich Frame-Umbrüche. Na, komm. Hure. meinte. Ich bleide diese Zeit ziemlich oft. Na, wo... Ich bleide bis nicht gedzieht, ... poser rabbits RM Was? Franzosenpräsident verziehen. Was sage ich, ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Was von letzter Zeit es wieder liebt. Ja. und 100 Prozent Präzision 1660 das ist die Hunde mit der Schrotze zu treffen das soll ich noch weg müssen oder einfach zieh und einfach treffen ich sehe jetzt erst mal Prozent Redaktor ich schläge mich schnell ziehen im Moment über so gesagt ich will die Predator nächstes Mal richtig aus und gerade mit PING und so es ist noch besser als bei League of Legends echt? was du von PING kann man gar nicht nachkommen ja kann man nicht stimmt wenn ich von mir weglaufen Mongos jetzt fallen die alle mit MP5 mehr raus weil die jetzt MP5 haben die Niederpunkte nein ich habe einen Schuss zu nehmen gesetzten Machen und ich habe ein Double C gemacht war weggemerzt da hat er sich noch abschlussgleich gesetzt ja und wir mal 100 Prozent Präzision versorgt und das was du auch gemacht da eigentlich nicht ganz so wie ich mir ein der muss er versorgt einfach mal auf den Justen Schien das verdient danach brauchst du die einmal verschlecht da und ich versuche doch verstrichert 1 der Pro Kompromiss ja es ist der Samstag ja der Samstag nach Weihnachten ich habe ja weiter verbracht was schön wir wollen eigentlich noch nicht Weihnachtsmäsche rausbringen zu bringen irgendwie nicht geschafft weil wir Mongos sind ja ich hoffe ich krieg zu Silvester was gebacken aber das steht auch noch in den Sternen und wo bist du denn da bist du unternehmen gemässert 100 Prozent Präzision 100 Prozent wir haben alles gleich gehabt so ungefähr außerdem einen Schaden habe ich mir aber ich habe ich auch in den Maas und wir müssen beschießen ja ich glaube ich bin es ist ein ähnliches Komodo er kann gut sein aber ich habe schon was ich gehe schon mal ins Haus ich habe die Prediger überprüfen der Beobachtung die ließen können wir fünf Prozent abkommen ich würde sagen bevor wir so mit einer Absprache haben wie bei Loll mit den Borts Prozent machen wir das nacheinander mich auch Predator für Dingshorst erstellt denn eben nicht Auer und Bildung die Kräfte umgehen wo ist das andere? Hoff auf mich zu schießen, Scheiß, Hedi funktioniert auch richtig geil mit ner Schrottsont und ner MP5 äh, F5T 5 äh, F5T 5 bei MP5 kaputt beide einen kaputt gemacht auch, 88% Präzision nur ne es sei alles dort noch weichen das war Welle 10 so dann holen wir uns mal ein Sturmgewehr ja wäre glaube ich auch nicht schlecht so eine PKP ich kann noch warten ich hole jetzt erstmal hier das Unnötigste der Welt 10 Frames 10 Frames ich hab 30 mit Lecks 20 jetzt hab ich 30 ich und er jetzt kommt die hier Herr Kader Franzosen ich habe das ist auch das war das weil ich war wohl das war auch zur Präzision zählen ich nicht ein paar Abschied ja wo ich habe ein Delta Team und einer von denen ist gerade verreckt weil der irgendwie der ist so komisch und weißt du der einer von den Al-Qaida Franzosen kam an der hat keine Ahnung gesagt als ob er versucht hat den umzuwerfen oder sowas und dabei ist der Typ exudiert aber ich habe das ist eine Waffe freigeschaltet oder wo 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 es ist ich will keine Usas wer hat die Ersos freigeschalten das auch anfangs könnten dann ja aus der Europäer anzukennen und noch anzunehmen auch ich bin vermuten das heißt es ist wieder die Uhr gar nicht mehr doch heute noch doch jetzt bin ich hier also mal wieder von zusätzlich nämlich in die Luft gesprengt also ein bisschen verkehrt nachladen hallo oder sind so ein paar Leute bei ihm kommen der ist direkt ich habe dennoch gemässer und er ist nicht gestorben in der Hohenzolle für die um schon mal die er aus sich ab 12.000 aber noch 10.000 und jetzt haben wir zu kämpfen hier ich habe mir schon ein seit sieben tausend mal dafür so wie ist und er wollte nicht brechen so gehört sich das natürlich nicht kämpfen wenn ihr die ganz Leute ja ich bin so besorgt und weißt du hast du dann auch so dennoch auch rund und wenn man sich nicht verkehren möchte weil man kein Franzose sein möchte Tee und da ist ein Auto in die Luft geflogen ich kann da nichts für das hätte doch noch ein bisschen safer spielen und nicht alles durchflaschen ich schlucken jetzt voll viel ich bin auch aufgefallen nein ich will nicht nein nicht die Aufrüstungskammer für den Typen am besten an meine Güte dass du jetzt auch noch schlecht bist wäre ja richtig peinlich Alter da ist alle weg müssen gerade hilf mir mal jaa on my way das das ist eine Borderlands Nummer ruhig nicht wir haben ihn überhaupt nicht ich will ich würde mir liebsten die Kinder aus Kalki vertreten danke ne ich will versuchen dass das nicht klappt so, die Zettel, da hab ich einmal gefehlt komm, äh, rutsch den Tüll so, jetzt kommen die Dings und da, der kommt direkt über uns ich hab noch Predator, die höre ich auf dem Rauf, dann ist er tot Moment oh, du hast Predator, ne? Dann kann ich jetzt mega fett pissen weeeeee, bumm oh, Justin, warst ein Noob, ey ja, Noob-Prinze schon Fick dich oh, ne neue Waffe ja, okay ja, gute Idee mit dem Griff ja, den Griff hole ich mir auch gleich und nem holographischen Visier dann kämpf ich hier mal wieder schön ne, mehr kann ich mir noch nicht kaufen du kämpf es wieder schön, ich nicht wir müssen wegschneiten die Leute ja wenn die nicht wieder alles zu hier laufen würden oh, gut hundertfünfzig bringen die jetzt, ach, die haben ne AK mit alter, ich bin richtig schlecht grad keine Einziegen getroffen, gekürtet ja die Präzision ist grad richtig wuschel bei mir bei mir auch meine Kills auch ja, wie hab ich den grad gekillt alter, ich treff gar nix ich seh die vor einem grad gar nicht kein wieviel hab ich gekillt ein ich weiß nicht mehr wie ich den gekillt hab weil ich alle verfehlt habe, wenn man das einfach und ich hab immer noch mehr Präzision als du ist kein Wunder, ich hab alle verfehlt ja ich tue mir jetzt die die AK hatten die dabei, ne mhm ich glaub die ist AK, ich komm mal nein, die wollte ich nicht die wollte ich auch nicht die von AK haben das wär am T5 ne USA liegt da noch ne ne, wo kommen die denn hier von hinten über den Läufner ja mit Einzelschuss ist es leichter zu treffen als mit einer wo ist es leichter zu treffen als mit äh die ganze Zeit nur feiern ja das so wie so ja natürlich auch erstmal neue Dingsens Auto wieder blieben sollte ich vielleicht auch mal holen ich hab ja jetzt 5000 könnte ich mir leisten hab noch 10.000 ich brauch so viel mehr Geld als ich die kopfkopf n das kann gut sein ähm und ne Predator ähm na wo kommen die Säcke naja, jetzt kommen die Säcke das ist jetzt mal dort ein Töno mit Keider-Franze nach noch mehr es wurde der Richtigkeit nun er kommt ja wenn ihr das ist es wäre wahrscheinlich schon da nicht ganz pass auf den Weg zum Alligator Torkonzert sei ja sonst auch nicht Sonntag auch in so ein paar Leute ich habe gehört ich spreche da mal kurz rein Nein ich bin überhaupt nicht rot er kann daran liegen dass du gerade in den sterbenden Franzosen eingelaufen bist ach was ich doch nicht was ich vorher weggesnackt habe Mango Mango so jetzt vercampe ich mich wieder ja bei mir das nur wieder zu sich hin und ich bleibe auch liegen Köter stirbt Stirb, Köter! Ich wurde befördert, ich habe AirPKey 7 freigeschalten. Köter! Ich habe Blute, weichen Köter! Ich sehe nichts! Ach du, bleibst du noch wieder? Habst du noch Auto wiedergeblieben? Ja, hatte ich noch! Ich habe auch Arkaille, Bitches! Und Messer! Bitches, yes, yes, yes! 1400 Dollar Bonus! Du bist... Ich kauf mir dann doch mal einen, wie deine Predator. Ich habe noch eine. Wo gerade losging, mein Mann ist kaufmerker. Ich habe noch eine. Du, du, du. Du, beschaust wie lange wir schaffen. Ich sag... Zweite Helikopterwelle. Wo kommt noch mal eine Helikopterwelle? Ich weiß nicht. Ja. Ich bin gespannt, wie weit wir es schaffen. Juggernaut. Mach du zuerst. Moment. Wo ist der Monga jetzt, der Mango? Da ist der Mongo. Headshot. So, ich meine, was... Ah, der andere kommt zu mir hoch! Weck die Sohn. Ja, wie hättest du Prezi auch so, du hast noch auf den Geschossen. Dann krieg ich auch Geld, Moor. Ah, ha, ha, ha. Und dann blendend und später Granaten kaufen. Hatte kein... Ah, später Granaten habe ich noch gar keine benutzt, irgendwie. Keine Augen, wie so. Meine gleiche Amt von genutzt. Oh. Auf deine Mom schieß ich. Und meinst, das ist neu, RPG-7 habe ich. Ich habe RPG-7 erhalten. Selbst in der Bedingung könnte ich immer wieder gebrauchen werde. Gib doch mal, wie viel Stück da drin. Na, kommt her. Boah, die kriegen jetzt schon 200. Ja. Die sind auch immer besser gepanzert. Ja, das ist... Rassig. Schluck mit Leute, richtig viel. Aber das ist auch komo wie die Gegner. Na, der ist und selbst gestorben. Wir haben beide 5,8. Du hast mehr Prezision als ich wie kann das sein. Und das mit der... Ähm... Jedex-PKP. Ja, ich habe auch die PKP benutzt, was ich jetzt da machen. Ja. Oha, das ist mir wirklich schade. Oha, wenn du keine Rüste machst, ist das sehr gut. Ja. 28 gibt es erste Granatwerfer. Oh, ich habe gleich eine Granatwerfer. Ja, ich auch schon. Ich nicht. Kommt da hier wieder her, Leute. So, kommt, kommt. Putti, putti. Sertig. Boah, da müssen wir ja über die Mütte zu Justin laufen. Ich bin ein Franzacken-Magnet. Hätten wir gar nicht. Ja, auch nicht. Boah, jetzt kommen die nicht mal durch die Scheiß-Tür durch. Dann über die Scheiß-Treppe. Mein Gott, ich habe ja immer ganz 10 verschwindet an den Franzacken. Nachladen. LOL. Jetzt hat der mich denn noch gequillt. Marschloch. Hammer. Oh, die haben jetzt ACR, awesome. Oh, cool. Ich will ACR haben. Zack, zack, zack. Äh, das habe ich mir nicht angesagt damit. Äh, sehr schief der Belegung. Sehr schief der Belegung. Da haben wir jetzt mal einfach schon meine Weste kaputt, die ich mir auch zu sehen gekauft habe. Awesome. Das war aber fast... Ja, ich habe 105 Schuss aufgenommen mit der PKP. Ich nicht, ich bräuchte auch mal wieder Munition, da ich habe noch meine ACR, also passt das. Ach, vielen Dank. Dö, dö, dö. Awesome-Präzision mit ACR und so. Ich denke mal, die andere Seite. Da ist ein Kaida, Franz Sackl. Ah, ja auch. Hast du noch Dings? Ja, hast du noch. Lol, da ist ein Hochgekommen, wie das. Ah, frage mich auch. Jetzt will er dran glauben. Oh, ah, hat der mit Spruch, ey. So, ich brauche noch meine Muni. Die ACR. Ah, hat es noch gar nicht. Nee, ich hatte noch eine AKR, das will jeder ACR weggesnackt vor der Nase. Also, wie es sich gehört. Ja, ja. Genau, was gibt es denn die V-Aussetzungen für die ACR? Rotpunkt. Holographisches und ACO-G, wenn du Level 30 bist. Nee, das noch nicht. Ich bin 29. Ich glaube, ihr könnt aber schon Granatwerfer holen. Ja, kannst du. Eine will ich nicht haben. Können sie wieder alle durch die Mitte zugeschossen? Ich beobachte die Treppe, ich beobachte die Treppe. Kommt nicht so ein kleiner Hund hoch. Von der Treppe kommen da so ein paar Leute runter. Oh, es kommt welche von hinten. Ja. Sie kamen von hinten. Sie wollten von hinten kommen. Denen sind auf der Treppe, die Mongos. Warme Junge. Hund gemessert. Auch Prezision, FTV und so. Ja, die sowieso scheiße warst. Das ist viel zu hektisch. Nein, ja genau, ich muss nachladen. Ganz genau dann muss ich alles nachladen. Prezision 26. Ja, ACR lädt ja schnell nach. ACR lädt ja schnell nach. Ja, aber trotzdem, was... Diesmal ein Maschinen der PKP fährt sich und dann kommt die ACR. Vielleicht kann die ACR, weil ich den Rot und Graf auch nicht mehr von den Gegnern sammeln. Mich verwaschen. Das ist scheiße, ne? Das ist doch kein Fremdkacke. Man ist wie sowieso immer mit Iron Zeit. Also scheiße, aber ich habe 7.50 verschwendet. Immer weil die Munition gleich ist. Goll! Schnell zum Flugding rutschen. So, weil sie kommen die alle hier vor mir runter. Oh mein, ich hab dich ein. So, ich bin auch unterwegs. Seid ihr da? Komm, ich mach mich einer durchs Haus. Ja, der schießt auf mich. Boah, leider ist scheiße. In dem Fall, wo wir uns so kommen. Wo ist denn der da ist dann, ja. Er ist tot. So, ich habe keinen gekillt mit meiner Dings. Oh! Killt nicht, fast ich bin tot. Ich komme mich zu schießen, Arschloch. Ich habe noch Dings. Also. Koffe ich mir einfach in den Video. Wer noch 16.000. Ich will jetzt auch erst mal eine Predi. Ja, gerade konnte, auf einmal konnte ich gerade wieder Dingsauf sammeln. Munition. Jetzt kann ich wieder Muniere sammeln. What the fuck? Aber auch nicht von allen. Also von einigen hat sie erst. What the fuck ist das denn so eine Scheiße? Ja, das ist ungeheb. Unghul. Es ist unghul. Alter, schlucken die viel. Die geben mir 275. Jetzt kommen sie alle zu dir. Aber die schlucken jetzt auch richtig. Ja. Den kill ich richtig übel. Ah, der ist überschuld tot. Ah, fuck von hinten. Also noch, äh, hast du noch. Halle ich noch. Man stirbt so oft, ich hab Geld, ich hab jetzt kein Geld mehr. Ich denke, ich will das nur noch. Also wenn wir jetzt kaum, wir werden noch 436. 6.000. Ich hab sogar auch gerade 4.000 gegeben. Ja. Ja, nicht ganz. 3.500. Ja, fast. Nee, so gut sollte ich mir das wieder kaufen können. Komm, welche von deinem? Komm, welche von deinem? Den... Oh, das haben die Claymos. Der wohnt cool. Ey, ich bin Level 30. Wird's dazu gehen. Und cool. Und cool. Alter, das bist du. Beschieß mich doch nicht. Hallo. Hallo. Überlebt doch nochmal mit Messern. Danke. Ach, FAD haben die jetzt. Genau, das war ja. Oh, geil. FAD, FAD, wo hat er denn? So, FAD. Ja, FAD, 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 FAD. Ich mag die FAD nicht. In PM9 haben die auch teilweise. Und dann einfach mal den größeres Magazin als... Ja, 40 Schuss. FAD, 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 FAD. 40 Schuss. 40 Schuss, heute was. Kann ich mir, glaube ich, nicht für einen Rotpunkt jetzt kaufen, oder? Ich muss meine Munition aufstoppen. Doch, kann ich. Rotpunkt. Er hat einen Rotpunkt. Ich gebe dir Rückendeckung. Alter. Ja, ich bin verwutten, da kommen so ein paar Leute an. Ja, so ein paar. Von hinten auch einer. So, jetzt bruch ich PKP. Nein, Alter, ist einer von mir explodiert, ich bin tot. Ich auch. So, 23. Neu-Höchst-Punkt. Was, 23. Runde? Neu-Höchst-Punkt, klar, hab ich. Eine halbe Stunde, Alter. Oh, aber noch eine schöne Aufnahme. Ja. Dann würde ich sagen, mit dieser überlänge Folge Sucker Road, bis zum nächsten Mal, Jasso und Nico. Tschö, tschö. Tschö. foh. Ich zie.